Das ist David und das ist Marta, die Eltern von Martin und Hugo. Sie kamen nach Mallorca, um das Meer zu genießen. Was sie nicht wissen ist, dass es in der Nähe dieses Meeres ein anderes Meer gibt. Ein Meer, wo es eine einzigartige Welt zu entdecken und viele Aktivitäten zu erleben gibt. Palma Aquarium. Es gibt ein anderes Meer ganz in deiner Nähe.